Ja, schlagen Sie mal wieder auf. Ein Buch zum Beispiel. Dieses hier. Es heißt Schalten Sie mal wieder ab. Also genau so, wie ich mich seit 10 Jahren in Fernsehkritik-TV regelmäßig von Ihnen verabschiede. In diesem Buch geht es um 10 Jahre Fernsehkritik-TV. Ich habe es geschrieben, 248 Seiten lang. Und ich erzähle darin viele Anekdoten aus diesen 10 Jahren. Menschen, denen ich begegnet bin, Prozesse, die ich geführt habe oder die gegen mich geführt wurden, besser gesagt. Und viele skurrile Dinge, die sonst so passiert sind. All das also geballt hier in diesem Buch. Jetzt bei uns im Shop erhältlich. Seien Sie dabei.